So, da sind wir zurück und wir brauchen das da. Das kann da rein, das kann da rein. Eins, zwei, drei. Ich hoffe das reicht aus. Eins, zwei, drei. Nein. Was fehlt uns? Diese roten Dinger. Gut. Redstone. Redstone. Haben wir. Scheiße hab ich alles verballert? Nein. Zum Glück. Na? Hallo? Magst du mich nicht mehr? Ah, jetzt. Okay, es darf nicht direkt davor sitzen. In der 1.12 darf das davor sitzen, in der 1.10 nicht. Das ist interessant. Äh, scheiße. Wo ist der Block hin? Da. So, das da. Dann das da nochmal. Und jetzt kommt das hier. Vier Stück. Hammer. Okay, das setzt man dich hier hinten hin, würde ich sagen. Da, da. Da und da. Ich hoffe das reicht aus. Jetzt brauchen wir eins davon. Eins davon. Dann brauchen wir ein Sapling. Da haben wir die Saplings. Dann war... Was brauchten wir noch? Ihr wisst das doch, meine Zuschauer. Grüne Farbe. Die haben wir da. Und ein von diesen grünen... Da. Dreiecksgedönsen. So, und wenn das alles jetzt doch Strom braucht, fresse ich einen Besen. Also mal ganz ehrlich, das wäre dann echt schon... Achso. Äh. 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 Dann... Okay. Das da. Das da. Das da. Und das da rein. Hier. Hö. 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 Die brauchen Strom. Geil. Dann bauen wir das jetzt erstmal provisorisch hier hin. So. Das ist jetzt erstmal nur provisorisch. Hier. Aber das hier könnten wir uns sogar sparen. Äh. Äh. Machst du jetzt was? Hallo? Solange das da was macht, gucken wir uns das nochmal drüben bei denen an. Ich versuche nicht so weit reinzufliegen, dass es leckt. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ähm. Es fängt einfach hier so arg an zu lecken. Ne. Da haut hinten und vorne was nicht hin. Äh. Mal ganz langsam fliegen. Die haben aber auch nicht großartig was dran. Okay. Also müsste das so hier eigentlich richtig sein. Oh. Oh. Hehehehe. Ich habe da was vergessen mit Strom zu verbinden. Kein Wunder, dass es nicht geht. Kein Wunder, dass es nicht geht. Los. Jetzt zaubern wir so einen glitzernden Stein hierher. Und ich brauche dann vier davon. Das ist halt alles Saft. Warum macht das nichts? Warum macht das nichts? Ist das vielleicht zu nah dran? Wie viel Abstand haben die denn dazu? Oh Gott. Ich muss ja wieder aufpassen. Haben die ein oder zwei Blöcke Abstand dazwischen? Die haben sogar mehr. Ne. Zwei Blöcke Abstand. Und. Als das dann bauen wir das gleich eh mal richtig auf ja. Äh. Einmal weg. Das kann man ja wieder nicht mit Aura Excavation abbauen. Das ist schade. So. Dich lassen wir aber hier. Du kommst nur eins nach unten. Genau. Eins, zwei. Drei. Dann kommt dort da eins hin. Eins, zwei. Dort da eins. Eins, zwei. Dort da eins. Eins, zwei. Und dort da eins. Eins. Zwei. Drei. Oh, ich habe das falsche hier reingesetzt. So. Die Cable werden unterirdisch jetzt gelegt. So, ich muss sowieso hier unten irgendwann mal zu bauen. Denn da hinten sieht man auch noch ein bisschen was, was man nicht sehen darf. So, jetzt müssen wir erst mal gucken, wo wir die Cable hinwandern lassen. Ich würde sagen... Ja. Hier runter einfach. Ist doch scheißegal. Da kommen wir dann später sowieso noch Cable Fassaden ran. Dass das alles schön verdeckt ist. So, dann versuchen wir nochmal unser Glück. Jetzt klappt's. Wunderbar. Oh, das ging ein bisschen zu schnell. Irgendwo spawnen hier unten. Mops. Das kotzt mich so an. So. Wir brauchen also nochmal. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Wo ist die grüne Farbe hin? Also hier die hellgrüne. Eins. Ähm. Einmal das da. Und... Zwei davon. So. Das kann da rein. Das kann da rein. Das kann da rein. Das, das und das. Krass. Oh. Komm verpiss dich. Hau ab. Ey du. Misses. Hahaha. So. Ähm. Eins. Zwei. Drei. Vier. So. Das blenden wir mal ganz kurz aus hier. Scheiße. Ich bin zu langsam. Ah. Äh. F1 ist dann weg machen. Okay. So. Schönes Thumbnail gemacht. Äh. Äh. So. Und weiter geht's. Äh. Tudut. Die kommen jetzt da rein. Da ist der Ring. Einmal das. Und. Hör. Warum. Warum. Och Kinder ist ernsthaft. Und. So. 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 Da ist er. Hä. Ach. Es gibt mehrere davon. Ein. Zwei. Drei. Vier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ja gut. Das hätte ich vorher wissen müssen. Ähm. Graue Farbe. Vier. Buttons. Zwei. Drei. Vier. Äh. Vier. Kabelstone. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und jetzt muss man mal schauen. Wie man grau fährt. Ich glaub mit Tintensack. Und. Weiß. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ja. Eins. Zwei. Drei. Vier. Zwei. 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 Geht er ruck zuck hier. Jetzt haben wir ja den Dreh raus. So, aber jetzt können wir uns den Ring machen, yeah, und dann können wir uns die Pflanzen schneller wachsen lassen. Der braucht jetzt nur noch Strom und durchdauert. So, dann, 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 was brauchen wir noch? Ich weiß es nicht. Ich wollte wirklich eigentlich mit Botania anfangen. Aber irgendwie, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit auch Bohnen mit auf das Dirt mache, äh, auf die Erde, es kommt nicht, kommt nicht das raus an Pflanzen, was ich gerne hätte. Wie man sieht. Das ist ein bisschen shit. Aber man kann es jetzt leider, Gott, doch nicht ändern. Jo, alles eingesammelt. Alles aufgegessen. Was ist eigentlich Roots für ein Mod? Boah, Alter. Hau doch mal ab, Mann. Ähm. Roots Stuff. Ja, das haben wir ja. Das ist ja kein Problem. Äh. Diorit. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, für was das ist. Wir bauen uns das einfach alles mal just for fun. Okay, die Stäbe kann man wohl anscheinend nicht machen. Ähm. Glowing Runestone Symbol. Runestone. Wie kommen wir da ran? Äh. Diorit. Oder das. Äh, ja. Ähm. Wieso kann ich diese wunderschöne Rüstung nicht machen? Ein Altar. Wir machen uns gleich mal ein paar mehr davon. Und von dem her natürlich auch. Denn das passt ja irgendwie so zusammen. Kann man das zusammen craften? Nein. Dann kommt das erste Mal da rein. Äh. Pixie Star. Alles klar. Ähm. Das ist ein Block of Gold. Das haben wir auch. Und es fehlt uns da unten. Und es fehlt uns da unten. Und es fehlt uns da unten. Ach so. Ach so. Wie kommt man da ran? Es gibt kein Rezept dafür. Hier. Das ist shit. Hier hab ich doch schon so eine Dinger. Ach Mensch. das da und das da so und was ist das jetzt ok das werden wir uns auch mal machen für jeden der sich fragt was ich hier mache ich probiere einfach just for fun mal die mod aus denn ich kenne mich mit der auch nicht aus folge ist eigentlich wieder lang genug ernsthaft ich könnte schüsse stone ist doch das hier wo ist der schüssel da ist er so eins davon wird jetzt richtig sein genau und was ist das das ist ein kleiner ofen das ist das lagerfeuer dazu wie putzig da müssen wir uns dafür auch noch eine passende ecke suchen würde ich sagen ja das machen wir in der nächsten folge ich hoffe es hat euch gefallen bis zur nächsten folge tschüss